Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Kung-Fu-haften Folge von Princess Peach Showtime. Ja, bei der letzten Show haben wir Kinder gerettet vor der Schule dunklem Faust. Und heute wollen wir den Kung-Fu-Meister Funkuli retten. Dafür gehen wir zur Faust der dunklen Schule und werden zeigen, dass unser Drachen-Lotos-Stil besser ist als der dunkle Faust-Stil. Naja, let's go. Rein da. Oh, die Schuhe der dunklen Faust kommt. Mann, seid ihr gefährlich. Oh, hier kann ich posen. Podest instant gefunden. Oh ne, nicht das schon wieder. Und schon eins verpasst. Wie das denn? Wer mich denn auf dem kurzen Weg jetzt schon geschafft, einen zu verpennen? Ach, hier kann man hoch. Das schaffe ich doch nicht mit meinen geschränkten Gehörden zu begreifen, dass man da hoch kann. Das schaffe ich doch nicht mit meinen Gehörden zu begreifen. Nope. Ihr seid noch tausend Jahre zu jung, um euch mit mir anzulegen. Nope. Den Stab brauchst du nicht mehr. Der Funkeli. Der Kung-Funkeli. Das Fu hätte man noch dran lassen können. Du willst also eine weitere Revanche. Oh, Schatten-Doppelgänger. Du bist gut. Ich glaube, ich hätte ihn in der Luft angreifen müssen. Chris. Ich habe dir doch schon bisher immer bewiesen, der Drachen-Lotus-Stil ist besser als der Dunkle-Faust-Stil. Ich werde mich unter dir drucken müssen. Jetzt bist du nur noch da. Der Top King habe ich vernichtet. Die ist die schon wieder. momentan teleportation ich bin zu doof dafür feuerlichen kam ja okay ich habe es irgendwie geschafft zwei zu verpinnen wir haben es denn geschafft an zwei vorbeizulaufen also ich muss ja hundertpro noch mal rein noch gerettet haben wir ihn aber ich muss noch mal rein dank für diese weißen worte es hilft mir aber trotzdem nicht dass ich dann noch mal rein muss wie habe ich es geschafft an zwei vorbeizulaufen diese frage werde ich mir jetzt stundenlang stellen wir sehen uns wenn ich sie finde okay leute den ersten habe ich gefunden und es ist peinlich dass ich den nicht gefunden hatte auch einer schon mal entdeckt wenn man die bind bin ich eigentlich ich will keine antwort darauf haben aber wie konnte ich das nicht sehen um gottes willen ihr müsst euch ja mega fremd schienen als ihr das gesehen habt beim ersten durchlauf ja noch niemand mehr witzig wie sehr ich den übersehen habe da gut wir sehen uns dann gleich nach dem kampfer im punkt wieder wenn ich den gefunden habe weil wir haben ja jetzt alle sterne so gesehen gefunden konnte ich diese zwei übersehen das ist peinlich ja ich habe jetzt alle sterne nicht das ist auch wieder so ein wunderschönes aber der moment wo wir ihn zertreten haben obwohl ich mir nicht sicher bin ob der kunden funkely auch tatsächlich was getan hat ich stehe jetzt noch nicht beim funkely aber wir können ja hier wie immer nach dem funkely erst mal noch was kaufen das kung fu spezialkleid das muster hat was die farbe finde ich jetzt nicht so schön na gut ich darf jetzt trotzdem erstmal den kunden funkely suchen ok kunden funkely gefunden er ist auf der dritten etage ein echter funkely ja dann fehlen jetzt nur noch zwei funkelys ne und hier kann ich jetzt auch mehr oder weniger zuordnen welcher funkely wo ist ich denke mal der mehr und frauen funkely wird hier oben später stehen und der andere die ersten schlittschuhlauferin hier auf der zweiten etage weil das sind die einzigen beiden etagen wo noch kein funkely steht also kein zweiter funkely pro etage waren irgendwie immer zwei und die hier kam halt schon auf der zweiten dazu und die halt erst auf der dritten also das kostüm deswegen denke ich dass das hier auf der zweiten etage sein wird und das andere auf der vierten naja nichtsdestotrotz beim nächsten mal haben wir den festlichen umzug vor uns ich schäme mich immer noch dass ich diese zwei nicht gesehen hatte also beim ersten kann man noch verstehen dass ich ihn nicht gesehen hatte aber beim zweiten muss ja wirklich komplett blind gewesen sein also der war ja so mega offensichtlich und ich habe ihn trotzdem nicht gesehen das war peinlich nichtsdestotrotz ich hoffe euch hat die show heute gefallen wenn ja ein abo und ein like verlassen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder ciao leute bis dann